Mit dem neuen Bundle-Kit, das man sich für Robux in Bedwars kaufen kann, kann man mit diesem Gleiter, wenn man kommt in der Lobby, richtig krass Sachen machen. Zum Beispiel, ich habe hier mit dieser Mühle komplett zerglitscht und ich einfach drauf geflogen bin und auf die Mühle mich hingesetzt habe gleichzeitig. Und dann habe ich es so weit geschafft, dass ich sogar in die Mitte gekommen bin mit diesem, ja, Glitch. Und habe dann erstmal eine dicke Runde im Kreis gedreht auf dieser, ja, Lobby-Map. Und da ist mir aufgefallen nachher, dass da unten ein hohler Raum ist. Und in diesem hohen Raum war eine Message, die sagt, How did you get here? Das heißt, auf jeden Fall eine Anspielung an Exploiter, die auf jeden Fall nach da unten geflogen sind. Was ein geiles Easter Egg in Bedwars.